ich habe die aus sechs wochen das sind doch sechs wochen acht wochen ihr habt doch keine acht wochen ferien aber dafür habt ihr habt ihr noch eben keine anderen herbstferien habt ihr da bleibt ja mitten auf dem gewicht stehen so sorgung hier sind wir 42 haben wir fertig 21 machen wir gleich so 57 haben wir jetzt erledigt naja so kann das ja auch schnack geschlossen werden neue verträge ist gerade oberverträge 57 80 ja das hat anderes dazu und boden oder hatte 81 sitzt leidensamen schuldigung ja ich glaube dass da kommt strobe raus muss noch mal gucken ist ja nicht das geht nicht ich kann nichts mit 1 so haben wir damit gemacht oder doch jetzt ja ja okay fahr weiter das ist ja gleich mal gucken wie wir da wir kriegen glaube ich kann dann mal mit dem hänger hier stehen bleiben ja ja ich wollte natürlich noch bei uns die schule auch kommt oder vierten siebten vierten siebten aber anfang september das wäre vierte neun läuft kann ja mal eben das stroh strohberge werkzeug wurden wo sind das oh mein gut ja glaubt ihr brauche oder so ich weiß nicht jetzt heute hängt was schlecht gesten nein so wo ist denn jetzt hier der trigger der trigger der ist nur 10,50 ja jetzt danke da und da 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 Okay, an den Ding kommen die dran, da habe ich keinen Zugang für, okay. So, sagt Zerub, Zapp Malot, so, ich hätte gern einen Schräger, brauch mal wieder einen eigenen Traktor hier. Nein, nein, achso, ich wundere mich schon, wo die Traktoren an denen sind. Nein, nein, alles gut, ich gucke gerade, ne, 42, ne, machen wir hier, da, 10,50. Radreifen, Radgewicht, ne, den. Rotflüge und Forstkäfig, aaaaaaah. Ne, Rotflüge und Forstkäfig. Das braucht ihr auf jeden Fall. Andere Farbe wäre toll. Neh, ne, ne, andere. Black. Design Farbe. Fendt Petrol. Ne, sind die aus. Fendt Night Blue, das sieht gut aus. Felgenfarbe. Fendt Blue. Ne. Ne. Sieht komisch aus. Old Green? Nein. Fendt Grau? Nein. Dunkelgrau? Ja, sieht gut aus. Oder? Ja. Passt doch. Den kauw ich. Das ist meiner. Und zack, wieder Goldeweg. Wie gewonnen. So. Ha, 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 ha. Äh, irgendwie musst du mal an Kohler arbeiten, ha, 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 ha. Nachrichten mit mir überlegen. Ja, ich muss nachdenken. So, mich ist USA Traktor schon mal dahin. Er kann ruhig draußen stehen, da im Ver Giulia Horo stehen, das ist nicht so schlimm. Hey, ich bin hier die ganze Zeit auf dem Akkermallomang maloren weißer und er geht da traktokaufen. Ja. Ja, das ist ja Ja, ja. ja das geschwärzte malo ich fahr das stroh durch die gegend ich fahr die ware durch die gegend war immer durch die gegend weißt du ist mein großer nix alles gut gehen wir den mund bitte so machen er ist ja voll schock ich voll schokoladig noch eine bahn dann bin ich ja eine bahn wenn ich mit dem felder fertig mit den nerven ok oder zuckerrohr muss auch weit fertig sein oder jo im oktober kommen wir zuckerrohr ernten das tut ja spannend zuckerrohr zuckerrohr dann ernten wir das zuckerrohr so ich würde mir gerne noch mal gucken würde man die tage wie lange haben wir jetzt die tage hier gemacht so haben wir eingeloggt natürlich nicht jetzt muss ich wieder passwort eingeben mit der halb funktionierenden tastatur sie ist das doch falsches passwort geht doch fünf tage haben wir gemacht gut reicht ja fünf tage reicht für einen monat reicht ja fünf tage denken wir erst mal wer pustet hier ins mikro ich mich ich fresse ich daher auf jung ja ich bestehe aber leider nur das knochen ja nichts so dann mal ich dann auch wieder damit auch noch voll ja ja auch flieger voll weil das sind zwei verschiedene fruchtdaten deswegen seitlich sehr viel spaß ja so ich sage mal wo hier ein bisschen so dezent kann ich gar nicht ansammeln ach weil der falsche stroh weil der andere stroh ist marta zack mal lot welches feld habe ich jetzt mich ablegen wenn du willst kannst du 21 fahren ja auch meine place funktioniert ja jetzt läuft ja 21 ist da okay da müsstest du dir gleich nur und scheint weg auch noch holen eben ja heute man sollte ja kein problem sein ich muss nur gucken wohl wo kippt sich das schwule hin weil hier ist nämlich so ziemlich alles voll das werden einige ballen werden ein paar guck mich mal an du siehst nicht so gesund aus was du aus mit dir kürz schon mal fieber leitplacke jetzt mal im ernst ist schon mehr fieber und schatz kann das sein ich hoffe nicht ich habe mich kann das mal fieber irgendwann reicht es auch mal was los wirst du sagen schweinchen der freizehn graverlose ist dabei hat er mir an da mal die kür die bräuchten brauchen ja glaube ich noch strone der roboter hier drinnen nein der ist raus anhand nicht die pferde ja die augen die die beurte neue ja auch aber auch stroh glaube ich so ein bisschen stroh hierbei die kührein geschmissen schauen wir ihm hier im schwein stand ob da mal irgendwas fehlt an der strohbe ziehe nicht angenommen stimmt bitte hier vorne angenommen irgendwo hier war doch wo ich ja hier so da werden wir auch noch mal ein paar tausend liter los so wunderbar so die schafe brauchten die ausströmung wassert jetzt nicht mehr 21 ist dahinter auch die schaffe stroh was ja war haarschaf rein da dort gespannt so wird sie nicht angenommen ok das kann ich davon heute soll zum stroh wir ziehen die angeln um ich schaffe brauchen doch stroh oder nicht ja brauchen die ist aber voll gut dann fahren wir mal schnell zu entfernen darüber würde ich sagen schmeißen da noch ein bisschen stroh rein dann haben wir nicht mehr ganz so viel hier ist schon knapp 60.000 liter stroh losgeworden na guck mal schon mal etwas oder 50 eben sowas aber egal immer ein bisschen in einem film ist finde auch damit also repariert werden was die mache die pferde machen stroh die pferde brauchen stroh ja aus strom machen können nicht und jetzt schon vor 1000 liter und jetzt haben wir noch 190.000 also wenn es wenig ist ich weiß nicht wohin damit welches sie voll sind mit dem anzeigen ja wäre auch eine idee da bleibt ja auch nichts anderes übrig wenn du nichts verlost wirst auch mal ich versuche erstmal kompost dann wäre ich noch mal ein komposter los wenn ich dann bin da da noch ja wenn ich dann da nichts los wäre dann kippe ich da einfach von komposter oder was er doch oh ja oh ja oh ja 153 haben wir noch ein bisschen losgeworden also ein träger was steht da oben so auf dem dach rum hast du mir nur wieder so hingelegt ich weiß ich bin immer alle schuld hier so wollen wir weiter gucken und dabei gucken das würde ich so nicht haben ich würde eigentlich anders haben und wird das nicht geht so nicht egal wo die du kommst klar das sehe ich das sehe ich ja super ich versuche mal hier das stroh einzusammeln man kann nicht leicht theoretisch die wohnen weg bringen einsamen weg bringt schuldigung oder wir können natürlich sagt und sagt gut produktion hinter den restweilen ballern mal gucken ja fehlt was kannst du stroh loben was ist denn stroh loben wo kannst du sagen mein schatz aber nicht stroh loom wo nun gibt sich so jetzt kann ich das hier einsamen ich weiß gern wird dafür ein stroh ist hier das ist ein ganz anderes symbol ach das ist flachs jetzt weiß ich wie man flachs kriegt bauleinsam an hast du flachsam ja läuft ja ich hoffe der stream bild ist ganz okay ich weiß dass man mich nicht ich sehe das nicht nur süd für fast gut aus also so ein gesicht was da bewegt ist ja ich weiß ich kann ich kann das auch den ist wenn ich das tour da habe